Hallo, hier ist der Andreas von eSurfer auf dem Cannes Yachting Festival auf dem Stand von Aerofoils. Neben mir ist der CTO oder auch technische Geschäftsführer Christian Rössler und Christian, was gibt es Neues bei euch dieses Jahr in Cannes? Ja hallo Andreas, willkommen in Cannes bei unserem Stand. Wir haben unser ganzes Produktportfolio mitgebracht, von unserem Adventure Board über unser Performance Board und jetzt ganz neu, wir haben drei neue Flügel-Setups dabei. Zusammen haben wir dann ein Portfolio von vier verschiedenen Flügeln am Start und die zeige ich euch jetzt noch ein bisschen im Detail. Super, schauen wir uns an. So, wir haben hier unseren Standardflügel, das ist der Freeride 1350 mit dem zugehörigen Leitwerk, dem Stabilizer 400. Wir haben den Flügel so designt, dass er für Anfänger super einfach zu fahren ist, super stabil ist, aber auch wenn man dann in den nächsten Step kommt, wirklich ein breites Feld einem eröffnet. Von langsam bis schnell kann man mit dem Flügel relativ viel gut abdecken. Einen sehr weiten Geschwindigkeitsbereich, der ungefähr von 17 bis hoch zu 42 Stundenkilometer geht. Das ist jetzt unsere erste Neuerung, der Freeride 1100 mit zugehörigen Stabilizer 380. Mit diesem Setup wollten wir den fortgeschrittenen Fahrer ansprechen. Die Geschwindigkeit ist noch mal etwas größer und vor allem kann man ihn viel schärfer wenden und auch wenn man die Geschwindigkeit variiert zwischen schnell und langsam ist es viel stabiler, was die Druckpunktwanderer angeht. Man muss nicht so weit nach vorne zurück, sondern man kann einfach fahren, wie man Spaß und Lust hat. Als Tipp für Leute, die bereits den 1350er Freeride Flügel haben und etwas dynamischer, etwas schneller fahren wollen, kann man auch sehr gut den Stabilizer 380 mit diesem Flügel kombinieren. Dann ist er nicht mehr ganz so druckstabil und die Geschwindigkeitsänderungen gehen einfach viel einfacher. Jetzt kommen wir zu unserem Freerace 900 mit zugehörigen Leitwerk Stabilizer 300. Das ist unser dynamisches Modell für Liebhaber von Geschwindigkeit, fliegt bis zu 50 kmh schnell, ist sehr wendig, macht einfach richtig Spaß. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Modell, der Freeride 1750, unser größter Flügel mit dem Stabilizer 500, unser größtes Leitwerk. Den haben wir hauptsächlich für den Schulungsbetrieb entwickelt. Erstmal ist er wirklich groß und zweitens hat er ein sehr sehr auftriebsstarkes Profil, so dass man ganz einfach und sehr stabil ins Fliegen kommt bereits ab 12 kmh. Man sieht, dass der Flügel und das Leitwerk wirklich groß sind und deswegen ist er natürlich auch besonders für sehr schwere Fahrer geeignet. So ab 105 Kilo kann man mit dem Flügel nochmal fliegen. Also zusammengefasst empfehle ich für den Einstieg den Freeride 1350, weil er wirklich super stabil fliegt und einen großen Geschwindigkeitsbereich abdeckt, so dass man auch lange Spaß mit ihm hier haben kann. Wer dann etwas fortgeschrittener ist, der es dynamischer und vor allem wendiger mag, auch oft die Geschwindigkeit variiert, dem empfehlen wir den Freeride 1100 mit zugehörigem Leitwerk Stabilizer 380. Das Stabilizer 380 ist auch sehr gut als Upgrade für den größeren 1350er Flügel geeignet, wenn man etwas schneller fahren möchte. Wer richtig Gas geben möchte, der braucht den Freerace 900 mit dem kleinsten Leitwerk den Stabilizer 300 und für Schulen haben wir unser großes Modell, den Freeride 1750. Unser Adventure Board gibt es in zwei Farben, in Midlight Blue und in White Sand und das White Sand haben wir ein bisschen aufgepeppt im Vergleich zur alten Version. Wir haben jetzt noch zwei rote Streifen spendiert, um es einfach ein bisschen päppiger zu machen.